Der Begriff Diversity verweist nicht auf ein klar definiertes Konzept. Zum einen meint Diversity Vielfalt, wobei der Fokus auf die Unterschiede gelegt wird. Zum anderen bezeichnet Diversity eine Zusammenschau von Unterschieden und Gemeinsamkeiten. Diversität entsteht auf der individuellen Ebene durch angeborene oder erworbene Merkmale. Auf der Gesellschaftsebene entwickelt sich Diversität durch Gesetze und kulturelle Rahmenbedingungen, die sich von Gruppe zu Gruppe unterscheiden. Der Diversity-Diskurs ist mit Forderungen nach Toleranz, Antidiskriminierung und Chancengleichheit verbunden. Diversity-Konzepte werden im Bildungsbereich und im Management verwendet, um Heterogenität als Chance zu begreifen und das Potenzial jeder einzelnen Person zu nutzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.